So, nochmal meine Frage. Seid ihr gut drauf? Ja! Guck mal, er hat extra seine GoPro mitgebracht. Er hat den ersten Teil nicht aufgenommen und er hat sich gedacht, scheiße, das kannst du nicht reinsetzen. Wir sind ja richtig miserabel drauf. So, jetzt nochmal von vorne. Wir üben das. Jetzt warten. Moment, Moment. Ich erklär's nochmal. Das ist eine Kirmes. Kirmes oder ein Volksfest. Auf Kirmessen und Volksfesten bringt man gute Laune mit. Wenn man keine gute Laune hat, dann bleibt man konsequent zu Hause. Das ist für alle Beteiligten besser. Also nochmal die Frage. Habt ihr gute Laune? Ah, sonst sind wir uns einig. Ah, Musik. Warte, warte. Ich mach auch ein bisschen lauter Musik, damit sie bessere Laune kriegen. So, dann machen wir jetzt richtig schnell, okay? Ja, okay, richtig schnell. Are you ready? You are not ready. It could not get down hard. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 5, 6, 5, 5, 4, 5, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 19, 20. Rupen, Rupen, Rupen. Rupen, Rupen. Rupen, Rupen, Rupen. Und dann noch mal meine Scheisse. Ja, ooooh. Ja, ja. Du musst dir meine Gesichter ankommen. Und wie sieht's aus? Schön. Wisst ihr, das ist genau das, was ich das gerne mache, wenn die Leute gute Laune haben, lächeln und so. Kurze Frage, wollt ihr schneller? Nein! Nicht Luft holen, ihr sollt antworten. Wollt ihr schneller? Ja! Ihr seid euch noch nicht sicher, aber okay. Alles andere, alles andere. Achtung, wir starten die Kiste in der See. 7, 2, 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Und jetzt Tom, Tom administrative heraus, chose sein. Tom, fella Träger, baby! Die Süaters von Kekäbiozy Meine Be behind auf der alten Kiste gegen Defence. Wir liegen so eine rechte und dünn. Wir haben ja nur eine Kasse, die ganze... Wir haben zwei. Irgendwann brauchen wir bestimmt zwei. Wie sieht's aus? Wollt ihr noch mehr? Die Dame da vorne ist hier am sterben. Geht's ihr noch gut, mein Schatz? Alles noch okay bei dir? Ehrliche Frage, laute Antwort. Wollt ihr noch mehr, ja? Alles klar. Arme, Beine nach vorne strecken. Mark Kreuzner, so wie ich euch kenne, macht ihr schön ordentlich mit. Arme, Beine, die Haare kannst du ja später machen. Du siehst da raus, alles gut. Alles klar, alles klar. Arme, Beine nach vorne. Wie ist die Kasse? Nein, das ist richtig gut, dein Gott in die Ruhe. Das war hart, alle Grenzen, das. Alles klar, alles klar, alles klar. Schau, 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 schau. Wuh, guck mal, ich kann noch eine, Alter, wie lange gehört das da auch? So, normalerweise wäre Ende Gelände. Wollt ihr noch eine? Nee, da muss mehr Power kommen. Wollt ihr noch eine? Guck mal, wir haben hier eine, siehst du, hör mal, Schatz, du siehst schweidegeil aus. Hör mal auf, deine Frisur zu machen. Was ist los mit dir? Wollt ihr noch eine? Wollt ihr noch eine? Wow, zieh dir das mal rein, Alter, geil! Wir haben es geschafft, bis zum nächsten Mal, ihr Helden! Wir haben es geschafft, bis zum nächsten Mal. Wir haben es geschafft, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.